Herzlich Willkommen zu einem neuen Projekt. By the First Guy heißt es. Wir suchen hier Spieler zum Beispiel von Werder Bremen. Haben jetzt natürlich die Ausstellung, die sie auch im Real Life haben. 4.1.2.1.2. Und natürlich gehen wir dann hier einfach auf Transfermarktsuche. Suchen dann hier Torwart von Werder Bremen raus. Und lassen uns dann überraschen, welcher es ist. Es kann natürlich Strebinger sein, es kann Wolf sein. Ich glaube es kann auch noch kastiert sein, obwohl er ja nicht wieder bei Wolfsburg ist. Lassen wir uns mal überraschen. Legen wir auch einfach mal direkt los. Wir suchen den Torwart. 3.2.1. Los. Und wir bekommen Kurenkastels für 1.000. Holen wir uns den mal direkt. Zack. In die Fer... Äh, in das Tor. Natürlich. Dann hier unseren ersten Linksverteidiger. Ich glaube da gibt es auch nur Garcia, aber wir suchen trotzdem mal. Und haben Garcia bekommen. Zack. Dann der erste Innenverteidiger. Transfermarktsuche. Und die Regen. Brödel. Nehmen wir mal den, weil sonst ist das ja Coin-Zerschwendung. Zack. Sebastian Brödel. Erster Innenverteidiger. Zweiter Innenverteidiger. Ist... Wieder Brödel. Das geht ja nicht. Vestergaard. Okay. Alles klar. Zack. Vestergaard. Gekauft. Erster Rechtsverteidiger. Es gibt eigentlich nur einen Rechtsverteidiger. Ich weiß nicht, warum ich erster sage. Zack. Und wir bekommen Clemens Fritz. Zack. Auf die Rechtsverteidiger-Position. Dann im ZDM kommen wir. Macchiadi ist nicht das Beste vom Besten. Wir können uns nicht mal Macchiadi kaufen. Doch, natürlich hier. Ey. Zack. Macchiadi auf der ZDM-Position. Dann unseren ersten linken Flügelspieler. Zack. Suche. Und wir bekommen Finn Bartels. Logisch. Ist auch, glaube ich, der einzige LM. Dann der RM. Zack. Und wir bekommen Heirovic. 5000 völlig übertrieben. 1400. Haben wir ihn doch. Zack. Und dann machen wir gleich weiter mit dem Stürmer und dem ZOM. Und da sind wir alles schon wieder. Machen direkt mit dem ersten ZOM weiter. Es gibt auch nur einfachen Single. Sag ich den immer ersten. Wir machen mit dem ZOM weiter. Transfermarkt. Suche. Und haben Oskar das natürlich dumm. Weil wir erstmal hier einstellen müssen. Bundesliga. Werder. Und nochmal. Und wir bekommen Junusowitsch in Form. Läuft. So, ein kleiner Cut an dieser Stelle. Ich habe leider meine Aufnahme verloren, wie ich Junusowitsch gekauft habe. Und die beiden Stürmer noch. Ich sage euch jetzt einfach. Wir hatten halt Junusowitsch dann gekauft. Und unsere beiden Stürmer waren, wie bestimmt auch schon jeder gedacht hätte, Selke und Di Santo. Und dann gehen wir jetzt zum Spiel über. So, da sind wir auch schon im ersten Spiel drin. Und what the fuck. What the fuck goes on here. Ronaldo Totti. Ist doch Totti, oder? Ja. Oh mein Gott. Wir haben ein Werder Bremen Team. Ganz ehrlich, wie soll man gegen Ronaldo Totti? Aber das schaffen wir. Das schaffen wir mit unserer Selke. Die Santo Power da vorne drinnen. Zack. Allianz Arena. Scheiß Arena. Aber egal. Zack. Wer ist das hier? Selke Nummer 10. Alles klar. Brödel Nummer... Oh, 3. Oh, schön. Schön. Buttons. Junusowitsch. Informo Card. Köpfe ihn doch rein, Junge. Alter, was eine Chance. Und ihr bringt einfach Nehmer. Alles klar. Ja, der spielt ja auch noch dahin, wo ich gerade weggelaufen bin. Vielleicht merkt ihr auch schon die kleine Änderung. Heute kommentiere ich mal live beim Zocken direkt. SW Löwensen. Oh, scheiß. Toni Kroos. Yes. Sehr schön. Geh dran vorbei. Schön, Selke. Aber der ist leider so langsam. Junuswitchinform. Selke. Schön. Junuswitchinform. Schieß. Schieß. Tor. Was? Hä? Was? Was macht ihr denn? Oh, scheiß Schießrichter, Junge. Oh, Macchiati. Nein, nein, nein. Nicht, Ronaldo. Oh. Oh, Castell. Sehr gut, Junge. Läuft. Macchiati gegen Ronaldo. Totti. Junge. Junge. Schön, Brüttel. Nein. Okay, der ist drin. Ach du Scheiße. Was macht er? Oh Gott. Wie schlecht. Er hat einfach annehmen können, den locker reinschieben können. Als wenn Castells so ein Ball von Castells so ein Ball von Ronaldo-Totti hält. Alter, überhaupt Ronaldo-Totti zu annehmen. will Glück einfach sein zu ziehen. Oh nein. Oh, nein. Nein, Bale. Oh, Castells. Macchiati. Nein. Nein. Jetzt ist er drin. Was macht er denn? Was macht er denn? Klären. Nein. Oh, Westergaard. Wie geil. Schiebt einfach Ronaldo-Totti weg, Junge. Oh, Bale. Äh, Bale. Ich sag schon Bale. Bartels. Oh, Selke, Junge. Was ein Scheißpass. Nein. Jelusovic. Di Santo. Ja. Bitte. Bitte. Der muss drin sein. Ohohoho. Gollasso. Di Santo. Geil. Läuft bei uns. Mit einem Bremen-Team. Gewinnen wir wahrscheinlich nicht. Gott, was ein Scheiß. Ich laber, Alter. Gewinnen wir. Ich würd sagen, mit Bremen haben wir jetzt hier ein Tor gemacht. Gegen eine Mannschaft. Mit 87er Bewertung. Und Cristiano Ronaldo-Totti mit 99er Rating, Alter. Und jetzt Macchiardi. Treppe-Biest. Di Santo. Schön. Schön. Macchiardi. Och, du kannst doch nicht abpfeifen, Junge. Weg. Oh, sehr schön. Hm. Weg. Da. Junge. Bale, ja genau. Jo, wahrscheinlich. Man schiebt den weg und er ist einfach mega schön. Schnell und kommt da wieder hin. Gibt es ja nicht. Gareth Bale. Och, Silke. Eirovich. Och, sehr schön. Schade. Ich fände mir so ein Scheißbus lang. Eirovich, komm. Oh. Kann doch mit links, also. Nochmal zurück. Oh, oh. Oh Gott. Was machst du, Silke, Junge? Das war so eine geile Flanke, Mann. Oh mein Gott. Wir hätten hier einfach das 2-1 machen können. Was macht denn Silke da? Oh mein Gott. Weg da. Nicht schießen lassen. Nicht schießen lassen. Okay, der ist drin. Scheiße. Mist. Tut mir leid. Mist einfach. Oh, diese Chance durch Stakeet hier drinne sein müssen. Eirovich einfach genial. Diese Flanke. Luka Modric. Das ist ja groß. Jetzt hat die Santer sich noch verletzt. Nein. Okay, dann war es das 3-1. Oh Gott. Ist er schlecht. Ist er schlecht. Schön, Eirovich, Junge. Der gefällt mir gut. Jetzt ist er nur so. Jetzt kommt. Oh. 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 Oh Gott. Oh mein Gott. Ich dachte so. What the fuck. Was ist mit mir los? Ich skill hier alle weg. Und dann laufe ich ins Aus. Oh mein Gott. Alba. Komm, den. Komm, den. Den kriegst du, die Santer. Den kriegst du. Schön. Schön. Komm, Digga. Komm. Ja. Ja, schön. Junge. Das geht. Nein, der ist ein Abseits. Scheiße. Das wäre das 2-2 gewesen. Ja. Oh ja. 2-2. Was? Abseits. Mann. Scheiße. Das war Abseits. Hm. Das war richtig gut gespielt. Aber ich hätte nicht dann auf Junisville spielen sollen. Ich wusste natürlich, dass er Abseits steht. Moment. Nehmer. Och. Ganz ehrlich. So was finde ich in FIFA so behindert. Wenn er in Gegenein rennt. Was kann man denn da machen? Jetzt auf totaler Angriff. Yolo Matadolo. Oh. Da hätte ich ihn festbekommen. Schön. Nein. Ja. Nein. Nein. Oh, Säcke. Nein, 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 nein. Der kann nicht gut passen. Prödel. Was noch? Prödel vorne. Schieb mich noch rüber. Junosowitsch. Ja. 90. Minute. Slugger. Junosowitsch. In Form. Du. 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 Oh mein Gott. Wie armselig er einfach ist. 2 zu 2. Wie geil. Ronaldo Totti, Junge. Bale. Groß. Oh. 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 Oh mein Gott. Wir gewinnen das hier. Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Die Sancho einfach. Brennt durch. Und drin ist das Ding. 2 Tore in der 90. Minute. What the fuck? Okay. Abwehrregel. Nicht. 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 Macchiari. Scheiße. Hau ihn um. Oh. 3 zu 2 gewonnen. Brödel. Bester, Junge. Geil. Die Santo. Ich bin nicht. Ich bin sprachlos, Junge. Ich bin echt sprachlos, dass wir das Ding noch so gedreht haben. Und mich würde es auch freuen, wenn ihr dieser Serie eine oder dieser Folge eine Bewertung da lassen würdet, wie ihr dieses Konzept findet, dass man mal guckt und bei The First Guy auf dem Transfermarkt einfach mal Spieler sucht und die dann kauft. Könnt natürlich dann auch mit anderen Vereinen mal machen oder einfach komplett random Spieler aussuchen von allen Vereinen, allen Sorten, egal ob Gold, Bronze oder Silber. Genau, lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Comments, welcher Verein ihr mal oder welchen Verein ihr sehen wollt oder ob wir einfach mal alle Vereine machen sollen mit By The First Guy. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns entweder bei AllesFIFA oder bei The First Guy Werder Bremen demnächst wieder und tschau Leute.